Oh mein Gott! Ah! Ja! Gott, das muss rausgeschnitten werden! Serena Pjubel, 22, Zentrales Mittelfeld. Ich möchte die Challenge gewinnen, weil ich einfach nicht gerne verliere. Marie Höbinger, 21 Jahre alt, auch Zentrales Mittelfeld. Und ich will die Challenge gewinnen, weil ich es als Länderspiel sehe. Gibt es Mühe? Bereit? Ja. ABC Challenge. Jongliert miteinander und nennt der Reihe nach Begriffen von A bis Z. Gut. Ananas. Bett. China. 100! Das war einfach komplett falsch! China, Nein, das sagt man nicht so. Ja, bei dir. Ja, gut. Affe. Bär. Clown. Delfin. Elefant. Fenster. Gitarre. Hund. Igel. Igel. Jacht! Nein, Scheisse! Einfach Jacht mit J. Iiiiacht! Cut! Das muss rausgeschnitten werden. Abendessen. Brasilien. Scheisse, gar nicht überlegt. Ja, ich merke es. Wir sind eigentlich schon schlecht. Ja, das ist schon schlecht. Oder? Egal, ich gehe runter. Ready? Ja, das ist gut. Ja, mich schon. So. Blinder Penalty. Versenke einen Elfmeter mit verbundenen Augen. Ach du Heilige! Also, mindestens drei Schritte zurück. Passt. Okay. Jetzt habe ich noch Tonnen im Gesicht. Oh mein Gott. Ah! Nein, stopp! Oh mein Gott! Wie ein Holz! Nein, das ist so schwierig. Ah! Noch mal! Wie weit war der daneben? Schon ziemlich. Wow! Der war wirklich fest. Aber zu zentral. Bereit? Mhm. Wow! Aber zentral. Der Finalschuss. Ich sage es. Jetzt hast du es wirklich am Fuss. Eins auf, Jubi! Eins! Ich schwöre es alles! Ja, es ist schnudelt. Fertig. Es war ein Tor. Was ist ein Tor? Ja! Oh mein Gott! Geil! Vielleicht kommt es das Glück. Pops. Zielschuss Challenge. Mensch! Wer trifft das Hütchen? Uh! Schere, Stein, Papier! Schere, Stein, Papier! Los! Der liegt aber nicht auf der Linie. Klugscheiße! Uh! Haarschar! Es kribbelt schon, es kribbelt. Jawohl! Da ist sie! Mit Ansage! Ach du Scheisse! Uh! Ah! Jetzt muss ich wirklich einmal das nutzen. Peppa! Der ist jetzt drin! Das ist gut, das ist gut! Und der? Der muss jetzt zählen. Der sitzt! Ja! Ja! Noch ein bisschen weiter nach rechts. Silbertablar! Ja, ja! Ja! Das ist doch so ein Witz! Ja! Gitarre! Oh! Gratulieren! Danke! Gratuliere zum Sieg, Schweiz! Danke! Ich hoffe, wir können das bei einer Revanche wiederholen. Zuerst lässt du mich ein bisschen auf den Kaiserschmarrn, oder? Oh ja! Haha! Haha! Haha!